Ja, super. Schön gelauert. Sehr geil. Ja, aus. War aus. Ja, nein. Ja, aber den muss er so werfen, sonst kommt er nicht an. Aber es ist einfach ein schwerer Wurf. Sehr schön. Auf die Seite schauen. Ja, genau. Na, da geht nichts. Gleich hintenrum wieder. Hintenrum schauen, Thomas. Hintenrum schauen dann. Wieder hintenrum schauen, Thomas. Du willst da weg von dem Rand, Thomas. Du musst einfach versuchen, wegzukommen von der Seite. Also nicht unbedingt nach vorne. Irgendwie weg von der Seite. Du willst weg da. Das ist nichts. Ja, aus. Out. Komm, hol mal wieder. Lang. Komm, danke schön. Schöner Wurf.